Name your game. Wenn ich meine Herrschaft streitig machen will, wird es bereut! Mag-Theridon ist im Laufe der Jahre stark geworden. Aber er hatte es auch kaum mit ernstzunehmenden Gegnern zu tun. Dadurch ist er dekadent und überheblich. Dieser Maulheld hat unserer List und Willenskraft wenig entgegenzusetzen. Uns erwartet ein ruhmreicher Kampfmeister. Mag-Theridons Streitkräfte sind uns zwar zahlenmäßig weit überlegen, doch unsere Krieger sind bereit bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Der Eifer eures Volkes gefällt mir, junge Kälters. Der Kampfgeist und die Kraft eurer Brüder wurden hier in dieser lebensfeindlichen Wildnis gestellt. Allein ihr Mut könnte ausreichen, um… Lord Illidan, Verstärkung ist eingetroffen. Wir Draenei kämpfen seit Generationen gegen die Orks und ihre Dämonenmeister. Nun werden wir diesem Fluch endgültig ein Ende setzen. Wir stehen euch zur Verfügung, Lord Illidan. Und wir werden euch in der Rache vertreten müssen! Und wer seid ihr, ich denke, dass ihr euch in der Rache vertreten könnt, Euer Volk soll seine Rache wie versprochen bekommen, Akama. Noch vor Ende der Nacht werdet ihr sie genießen können. Wasch, Keltas, gebt den letzten Angriffsbefehl. Die Stunde der Vergeltung ist gekommen. Ich bin blind, nicht taub. Die Blutelfen warten. Mein Volk muss gerecht werden. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Schreiten wir zur Tarnung. Irascharas Namen. Ja. Ich rieche mal kein Level. Ich rieche mal kein Level. Für Masjata. Für die Königin. Ja. Kostet meinen Stich. Unser Wille geschehe. Ich rieche Magie. Für die Königin. Für die Königin. Für die Königin. Ausmann. Es ist mehr Gold erforderlich. Was wollt ihr von einem alten Mann? So schnell ich kann. Wenn es denn sein muss, so schnell ich kann. Wir werden zusammenwandern. Wie kann ich euch helfen? Wir werden zusammenwandern. Wie kann ich euch helfen? Meine Kraft gehört euch. Aus den trüben Tiefen komme ich. Ich schenke euch meine Weisheit. Meine Kraft gehört euch. Wie kann ich euch helfen? Ich schenke euch meine Weisheit. Meine Kraft gehört euch. Frisch Fleisch. Ich tue mein Bestes. Meine Kraft gehört euch. Ich rieche Magie. Meine Vorfahren rufen mich. Ich tue mein Bestes. Wir werden zusammenwandern. Ich tue, was ich kann. Aus den trüben Tiefen komme ich. Wenn es denn sein muss, ich werde es versuchen. Wenn es denn sein muss, ich werde es versuchen. Ich tue, was ich kann. Was wollt ihr von einem alten Mann? Ich bin blind, nicht taub. Ich dürste nach Magie. Ich tue mir, euch zu helfen. Mir brennt es in der Seele. Ich tue mir, euch zu sprechen. Wir werden zusammenwandern. Wie kann ich euch helfen? Ich werde es versuchen. Ich schenke euch meine Weisheit. Mein Volk muss gerecht werden. Die Kraft gehört euch. Mir brennt es in der Seele. Braucht ihr Hilfe, Mensch? Wenn ihr drauf besteht. Wir werden zusammenwandern. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Was wollt ihr von einem alten Mann? Ihr wagt es, mich anzusprechen. Flüchtiges. Wie kann ich euch helfen? Mir brennt es in der Seele. Meine Kraft gehört euch. Ich bin blind, nicht taub. Ich muss gerecht werden. Ist das alles? Ich schenke euch meine Weisheit. Flüchtiges. Was soll geschehen? Wir werden zusammenwandern. Ich werde ungesteuert. Ich schenke euch meine Weisheit. Wir werden zusammenwandern. Wir schenke euch meine Weisheit. Meine Vorfahren rufen mich. Ich tue mein Bestes. Was wollt ihr von einem alten Mann? Wir sollten bald weiterzählen. Wir sollten Dämonen in der Zählenden zusammenwandern. Ist jemand verletzt? Natürlich. Und verzückt. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Meine Kraft gehört euch? Ich werde ungeduldig. Ist das alles? Ich bin blind, nicht taub. Das Böse rückt nier. Was wollt ihr von einem alten Mann? Wenn es denn sein muss? Ich bin blind, wenn ich taub. Ich bin blind, wenn ich taub. Ich bin blind, wenn ich taub. Meine Weisheit muss gerecht werden. Meine Weisheit muss gerecht werden. Meine Kraft gehört euch. Wir werden zusammenwandern. Ich bin blind, wenn ich taub. Flüchtiges. Ihr seid nicht weiterzählen. Ich bin blind, wenn ich taub. Ich spüre etwas Flüchtiges. Ja, mein Freund. Ich werde ungeduldig. weiterzählen. Ich spüre etwas Flüchtiges. Ich werde ungeduldig. Ich spüre etwas Flüchtiges. Ich werde ungeduldig. Mein Volk muss gerecht werden, worauf warten wir? Was brennt er einem der Teile? Mein Volk muss gerecht werden, ich schenke euch meine Weisheit. Ihr brennt es in Klage, wir sollten bald weiterziehen, ihr wagt es, zusammenzusprechen. Mein Volk muss gerecht werden, ich schenke euch meine Weisheit. Ihr wagt es, zusammenzusprechen. Mein Volk muss gerecht werden, ich werde es versuchen. So schnell ich kann, ich tue mein Bestes. Ich tue, was ich kann, ich schenke euch meine Weisheit. So schnell ich kann. Was wollt ihr von einem alten Mann? Für Draenor! Ich werde es versuchen. Meine Kraft gehört euch. Ich tue mein Bestes. Wir werden zusammenwandern. Meine Kraft gehört euch. Was wollt ihr von einem alten Mann? Ich tue, was ich kann. Ich bin blind, ich taue. Wie kann ich euch helfen? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, mein Freund. Mein Volk muss gerecht werden. Ja, mein Freund. Ich spüre etwas. Macht schnell, Zeit ist mal ab. Wisst du meine Hilfe vernöten? Worauf warten wir? Auf euer Zeichen. Schon verstanden? Ihr fragt es mich und seine Streitkräfte werden angegriffen. Wenn es denn sein muss. Ich tue, was ich kann. Was wollt ihr von einem alten Mann? Ich tue, was ich von einem alten Mann. Ich tue mein Bestes. Wenn es denn sein muss. Ich werde es versuchen. So schnell ich kann. Wenn es denn sein muss. Koschagal! Ich schenke euch meine Weisheit. Meine Vorfahren rufen mich. Was wollt ihr von einem alten Mann? Wie kann ich euch helfen? Für Draenor. Ich tue mein Bestes. Wenn es denn sein muss. Wie kann ich euch helfen? Ich werde es versuchen. So schnell ich kann. Koschagal! Wenn es denn sein muss. Ist es Zeit. Für die Königin. Für die Königin. Ist es sicher. Schreiten wir zur Tat. Ist es Zeit. Dann helf ich uns in unserer Not. Unser Weg wird geschehen. Er ermöglicht mir die Wache. Er ermöglicht mir die Wache. Wird gewahrt. Schreiten wir zur Tat. Was wollt ihr von einem alten Mann? Aus den trüben Tiefen. Ich tue, was ich kann. Ich tue, was ich kann. Ich werde es versuchen. So schnell ich kann. Wenn es denn sein muss. Ich tue mein Bestes. Ich tue, was ich kann. So schnell ich kann. Ist meine Hilfe vonnöten? Ich werde uns geduldig. Mein Volk zu selbst gerecht werden. Sind Dämonen in der Nähe? Mühelos. Wie kann ich euch helfen? Sind Dämonen in der Nähe? Ich spüre etwas Flüchtiges. Hoffentlich habt ihr einen guten Grund. Was ficht euch an? Meine Knaff gehört euch. Wo soll ich zuschlagen? Wir werden zusammenwandern. Ich spüre es. Also los. Flüchtige. Wir schocken euch mit Eisern. Wir werden zusammenwandern. Meine Voren muss gerecht werden. Niemand veralbert mich. Kostet meinen Stich. Helft uns in unserer Not. Ist es sicher? Mein Stich. Ich werde ungeduldig. Im Tiefen komme ich. Hier kann ich euch nicht anzustrechen. Meine Knaff gehört euch. Ich werde ungeduldig. Wer brennt es sich anwandern. Sternt. Dummkopp. Ist das alles? Kaum eine Herausforderung. Mein Volk muss gerecht werden. Mein Volk muss gerecht werden. Aus unserer Speichkräfte werden angegriffen. Mir brennt es in der Seele. Meine Kraft muss gerecht werden. Wir werden zusammenwandern. Wir sollten bald weiterzuwandern. In der nahen Bastion befinden sich viele der dämonischen Belagerungswaffen der Orks. Wir müssen ihre Verteidiger zerschmettern und uns die Waffen sichern. Die Belagerungsmaschinen der Orks gehören uns. Nun setzen wir seine eigenen Waffen gegen Magt-Theridon ein. Ihr wart es Kraft geschehen. Ich bin kein Wettbewerb nicht taub. Ihr wart es nicht anzusprechen. Wir werden zusammenwärmen in der Nähe. Ich bin kein Wettbewerb nicht taub. Mein Volk muss gerecht werden. Was wollt ihr von einem alten Mann? Unsere Streikkräfte werden angegriffen. Ich werde ungeduldig. Worauf warten wir? Was wollt ihr von einem alten Mann? Was wird der Verständnis der Weisheit? Was will endlich ein Waffen machen? Mein Volk muss gerecht werden. Ihr wart es nicht anzusprechen. Wir sollten bald weiterziehen. Wir werden zusammenwärmen. Ich schicke euch meine Weisheit. Mein Volk muss gerecht werden. Worauf warten wir? Ihr wart es nicht anzusprechen. Die Blutelten werden zusammenwandern. Hoffentlich habt ihr einen guten Grund. Ich werde ungeduldig. Meine Volk muss gerecht werden. Ich schicke euch meine Weisheit, die ihr euch helfen. Was wollt ihr durch Reichweiten sprechen? Wie kann ich euch helfen? Der Monen in der Nähe. Meine Kraft gehört euch. Ihr wagt es mich anzusprechen. Ich schicke euch von einem alten Mann. Pflichte, meine Kraft gehört euch. Worauf werden wir zusammenwandern? Unser Wille geschieht. Durch euren Befehl. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja. Helft uns in unserer Not. Ihr wart es nicht anzusprechen. Die Geschichte, meine Weisheit. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich bin ein Volk. Wir sollen uns gerecht werden. Ihr wagt es mich anzusprechen. Er ermöglicht mir die Wache. Soll ich zuschlagen. Unsere Allianz bindet mich. Schreiten wir zur Tat. Überzeugt mich. Niemand veralbert mich. Für die Königin. Genial. Ja. Ja. Durch euren Befehl. Warum kam ich an die Oberfläche? Unsere Allianz bindet mich. Ich werde aufgehört durch. Flüchtiges. Mein Volk muss gerecht werden. Ich schicke euch meine Weisheit. Wir werden angegriffen. Unser Wille geschehe. Führt meinen Zorn. Schreiten wir zur Tat. Ich achte unseren Pakt. Ist es Zeit. Schreiten wir zur Tat. Unser Wille geschehe. Ich schicke mich an die Oberfläche. Durch euren Befehl. Zusammenswandern. Flüchtiges. Ist es Zeit. Warum kam ich an die Oberfläche? Die Zeit ist knapp. Sterblicher. Sterblicher. Ich schicke mich an die Oberfläche. Ich schicke mich an die Oberfläche. Ist es Zeit. Warum schicke mich an die Oberfläche? Warum kam ich an die Oberfläche? Die Oberfläche. Ich schicke mich an die Oberfläche. Räugige Landratten. Unser Wille geschehe. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Warum kam ich an die Oberfläche? Ist es Zeit. Ermöglicht mir die Rache. Niemand. Veralbert mich. Warum kam ich an die Oberfläche? Ist es Zeit. Spart euch die Höhe nicht an. Überzeugt mich. Schreiten wir zur Tat. Warum sollte ich? Warum kam ich an die Oberfläche? Ist es Zeit. Unser Wille geschehe. Ermöglicht mir die Rache. Die Zeit ist knapp. Die Zeit ist knapp. Sterblicher. Kostet meinen Stil. Helft uns in unserer Not. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir grüften die Rache. Unser Wille geschehen. Schreiten wir zur Tat. Durch euren Befehl. Überzeugt mich. Unser Wille geschehen. Die Zeit ist knapp. Sterblicher. Helft uns in unserer Not. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sind Dämonen in der Nähe? Also los. Wir sollten bald weiterziehen. Ich tue mein Bestes. Ihr wagt es mich anzusprechen. Mach schnell. Zeit ist Mana. Schreiten wir zur Tat. Schreiten wir zur Tat. Worauf warten wir? Niemand veralbert mich. Ja. Für die Königin. Genial. Genial. Für die Königin. Genial. Durch euren Befehl. Ich komme um dieses Land zu läutern. Unser Wille geschehe. In Ascharas Namen. Genial. Durch euren Befehl. In Ascharas Namen. Für die Königin. Ja. Durch euren Befehl. Genial. In Ascharas Namen. Ja. Überzeugt mich. Überzeugt mich. Schreiten wir zur Tat. Warum kam ich an die Oberfläche? Ja. Die Zeit ist knapp. Sterblicher. Ist es Zeit. In Ascharas Namen. Schreiten wir zur Tat. Für die Königin. Wo soll ich zuschlagen? Die Zeit ist knapp. Sterblicher. In Ascharas Namen. Genial. Ja. Durch euren Befehl. Für die Königin. Ja. Ja. Helft uns in unserer Not. Niemand veralbert mich. Genial. Schreiten wir zur Tat. Überzeugt mich. Unser Wille geschehe. Spart euch die Höflichkeiten. Niemand verhaugt mich. Spart euch die Höflichkeiten. Schreiten wir zur Tat. Für die Königin. Ja. Unser Wille geschehe. Für die Königin. Niemand veralbert mich. Ja. 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 In Ascharas Namen. Sie schenken euch meine Weisheit. Mein Volk muss gerecht werden. Ich schenke euch meine Weisheit. Sie schenken euch meine Weisheit. Mein Volk muss gerecht werden. Ihr werft uns, mich anzusprechen. Die Rache ist mein. Das Böse... Mein Volk muss gerecht werden. Überzeugt mich. Ist es Zeit. Was ich nicht mehr nicht hatte. Flüchtige. Ihr wagt es mich anzusprechen. Zusammenarbeit. Sind Dämonen in der Nähe? Womach habt ihr euch anzusprechen? Womach habt ihr euch anzusprechen? Ich werde ungewöhnlich. Ich werde ungewöhnlich. Flüchtiges. Ich bin blöd. Ich hört euch. Ich berend es in der Seele. Sie leiden euch anzusprechen. Ich stehe euch anzusprechen. Womach habt ihr euch anzusprechen? Ich schenke euch meine Weisheit. Ich schenke euch meine Weisheit. Ich schenke euch meine Weisheit. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich werde ungeduld. Ich schenke euch meine Weisheit. Ich schenke euch anzusprechen. Meine Kraft gehört euch. Wenn es denn sein muss. Wir werden zusammenwandern. Wie kann ich euch helfen? Ich tue mein Bestes. Wenn es denn sein muss. Blut um Blut. Wir werden zusammenwandern. Ich tue, was ich kann. Wir werden zusammenwandern. Ich schenke euch meine Weisheit. Was wollt ihr von einem alten Mann? Wie kann ich euch helfen? Meine Kraft gehört euch. Was wollt ihr von einem alten Mann? Ich tue mein Bestes. Koschagall! Wir werden zusammenwandern. Wenn es denn sein muss. So schnell ich kann. Ich bin blind, nicht taub. Ermöglicht mir die Rache. Ihr sagt euch, meine Weißer Sprüche. Ich spreche etwas Flüchtiges. Für die Königin. Ja, meine Kraft gehört auch an mich. Was haben wir? Wir werden zusammenwandern. Wir werden zusammenwandern. Ich tue, was ich kann. Ich werde es versuchen. Ich spüre etwas Flüchtiges. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Spart euch die Rüfflichkeit. Sind Dämonen in der Nähe? Meine Welt zusammenwandern. Die Zeit ist knapp. Schnell kann ich euch helfen. Nein, meine Kraft gehört euch. Was wollt ihr von einem Geschmack Flüchtiges? Meine Kraft gehört uns gerecht werden. Mein Lied heilt aus den Tiefen empor. Was wollt ihr von einem der Sehne? Ich bin blind, nicht tauchen. Kaum eine Herausforderung. Wo kann ich dir helfen? Helf uns in unserer Hand. Mein Lied kommt auf den Tiefen empor. Sie sind Dämonen in der Nähe. Wir werden zusammen wandern. Das Inventar ist voll. Mühe los. Ist das alles? Mühe los. Sie kann nicht helfen. Ihr wagt es mich anzusprechen. Leidet mich. Wir schicken euch weiter Zeilen. Ich werde ruhig gelöst. Ich werde ruhig gelöst. Ich bin blind, nicht taub. Ich bin blind, nicht taub. Ich bin blind, nicht taub. Schreiten wir zur Tat. Durch euren Befehl. Die Tür. Mein Lied gehört euch. Gehört mein Lieber. Ich bin bereit. Ist es sicher. Ist es Zeit. Kostet meinen Stich. Ich warte mit angehaltenem Atem. Genial. Für die Königin. Genial. Schreiten wir zur Tat. Ja. Sind Dämonen in der Nähe? Überzeugt mich. Kaum eine Herausforderung. Helft uns nicht. Ich werde mit meiner Beiseile. Mühelos. Ist das alles? Kaum eine Herausforderung. Ist das alles? Ihr wagt es mich anzusprechen. Schreiten wir zur Tat. Ich werde ungeduldig. Was wollt ihr von einem alten Mann? Ich bin blind, nicht taub. Ich werde ungeduldig. Ich werde ungeduldig. Ist meine Hilfe von nöten? Schreiten wir zur Tat. Für die Königin. Ich bin blind. Ich werde euch sein. Schwerte euch die Höflichkeiten. Überzeugt mich. Wie kann ich euch helfen? Spart euch die Höflichkeiten. Wie kann ich euch helfen? Worauf warten wir? Ihr verrennt es in der See. Hält uns in unserer Hand. Ist jemand verletzt? Verschlicht euch acht. Durchgemacht. Unser Weg geschieht. Ihr wagt es nicht anzusprechen. Spart bei jeder Höflichkeit. Bist du meine Hilfe von nöten? Wir haben auf Flächen. Meine Kraft gehört euch. Was fliegt euch ab? Ist meine Hilfe von nöten? Sind Dämonen in der Nähe? Ich bin blind. Ja, mein Freund. Aus den Trüben. Ich mag es nicht anzusprechen. Überzeugt mich. Ist jemand verletzt? Nichts leichter als das. Was fliegt eure Ammonen in der Nähe? Was fliegt eure Ammonen in der Nähe? Was wollt ihr von einem alten Mann? Ich bin blind. Ich taug. Ich schicke euch meine Weisheit. Minus. Mein Volk muss gerecht werden. Soll ich zuerstarmen? Mein Volk muss gerecht werden. Männlich ist das stimmt. Mein Volk muss gerecht werden. ... wenn meine Weisheit ihre Ecke ist. Flüchtet es. Mein Lied gehört euch. Ist es sicher? Mein Volk wird uns gerecht werden. Ich bin blind, mich taubend. Ich komme, um dieses Land zu läutern. Sind Dämonen in der Nähe? Kaum eine Herausforderung. Ist das alles? Niemand veralbert mich. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Überzeugt mich. Ich bin blind, mich taubend. Aus den Türen, Tiefen, komme ich. Mein Volk muss gerecht werden. Sind Dämonen in der Nähe? Warum kam ich an die Oberfläche? Der Rent ist in der Seele. Ich werde ungeduldig. Ich spüre etwas. Pflichtig. Er sagt es, mich anzusprechen. Wir sollten bald weiterziehen. Überzeugt mich. Ich komme, um dieses Land zu läutern. Ich werde ungeduldig. Ich werde ungeduldig. Unsere Allianz brennt es in der Seele. Ich spüre etwas Flüchtiges. Außerordentlich. Sehr gut. Ich tue mein Bestes. Es soll geschehen. Das ist zu leicht. Ich tue mein Bestes. Mir brennt es in der Seele. Ist es Zeit. Worauf warten wir? Mein Volk muss gerecht werden. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sterblicher. Ihr brennt es in der Seele. Schreiten wir zur Tat. Mein Volk muss gerecht werden. Sterblicher. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Was wollt ihr von einem alten Mann? Warum sollte ich... Ich warte mit angehaltenem Atem. Ich werde ungeduldig. Mein Volk muss gerecht werden. Ich tue mein Bestes. Wenn es denn sein muss. Ich bin blind, nicht taub. Meine Kraft gehört euch. Ich tue, was ich kann. Ich tue mein Bestes. So schnell ich kann. Wenn es denn sein muss. Für Draenor. Was wollt ihr von einem alten Mann? Ich tue mein Bestes. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Worauf warten wir? Ist das alles? Ich bin blind, nicht taub. Ich werde ungeduldig. Ich bin blind, nicht taub. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Meine Kraft gehört euch. Ich spüre etwas. Flüchtiges. Ich bin blind, nicht taub. Ich muss nicht zuschärfen. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Ist es sicher? Ich bin blind, nicht taub. Das Böse rückt mir an. Wir sollten bald weiterziehen. Unser Wille geschiehe. Ermöglicht mir die Reiche. Ich spüre etwas. Wir werden zusammenflüchtendes. Wann einer wagt es, mich anzusprechen? Wie kann ich euch helfen? Ich werde ungeduldig. Überzeugt mich. Warum sollte ich? Ich dürste nach Magie. Ja, Kriegshäuptling? Ich spüre etwas. Niemand, veralbert mich. Flüchtiges. Mein Lied gehört euch. Ja, mein Freund. Hey, Seemann. Zeig den Weg, wie kann ich sein? Ich bin blind, wo ich sauber sein soll. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Flüchtiges. Mein Volk muss gerecht werden. Wie kann ich sein, weiterzusprechen? Es soll geschehen. Was wollt ihr von einem durchgehen? Ich spüre etwas. Flüchtiges. Ich bin blind, nicht taub. Mein Volk muss gerecht werden. Wie kann ich sein, wo wir warten? Ich werde ungeduldig. Mein Lied gehört euch. Ich bin blind, nicht taub. Ich bin blind, nicht taub. Wir schicken euch anzuhören. Leitet mich. Verstanden. Ich bin blind, nicht taub. Flüchtiges. Wie kann ich euch helfen? Warum gar nicht da sind angegriffen? Macht schnell. Zeig den Weg an in der Nähe. Kaum eine Herausforderung. Ja, was ich hier wohne. Meine Kraft gehört euch. Wie kann ich euch helfen? Ich tue, was ich kann, um zu lauter. Unsere Streikkräfte werden angegriffen. So schnell ich kann. Ich tue, was ich kann. Wir sollten bald weiter zu meinem Bestes. Mein Volk muss gerecht werden. Worauf warten wir? Über Zeit. Ich bin blind, nicht taub. Wir sollten bald weiter zu. Ich wäre ungeduldig. Wir brennt es in der Seele. Wie kann ich euch helfen? Ich verbranze mich, taub. Wir sollten bald weiterziehen. Ist mir ein Vergnügen. Ich werde ungeduldig. Kaum eine Herausforderung. Elf, Gott. Wir brauchen zu einem Bestes. Ihr sagt es, mich anzusprechen. Wir brennt es in der Seele. Seht ihr in Wohne, Ebenil? Wir werden zusammenwandern. Ich werde es versuchen. Ich spüre etwas Flüchtiges. Ich kenne euch nicht, Fremdling. Doch eure Macht ist immens. Seid ihr ein Diener der Legion? Hat man euch geschickt, mich zu prüfen? Ich komme, um an eure Stelle zu treten. Ihr seid ein Relikt, Magtheridon. Ein Geist vergangener Zeiten. Die Zukunft gehört mir. Von diesem Moment an wird die Scherbenwelt mit all ihren Bewohnern mir untertan sein. Hört mir zu, ihr zitternden Sterblichen. Ich bin euer Herr und Meister. Elidan herrscht über alles. Was ist das, Varsch? Woher kommt dieser Sturm? Kopf runter, da! Da nähert sich etwas Schreckliches. Ein fettiger Bastard. Ich hatte euch befohlen, den Frostthron zu vernichten. Ihr habt versagt. Und dachtet, in dieser trostlosen Einöde könntet ihr euch vor mir verstecken? Ich hätte euch für schlauer gehalten, Elidan. Es war nur ein kleiner Rückschlag. Ich wollte hier meine Streitmacht verstärken. Der Lichtkönig wird vernichtet werden. Das verspreche ich. Ist das so? Zumindest scheinen die Diener, die ihr um euch geschart habt, vielversprechend zu sein. Ich gebe euch eine letzte Chance, Elidan. Zerstört den Frostthron oder zieht meinen ewigen Zorn auf euch. Vielleicht war es nicht die klügste Entscheidung, mich gerade hier zu verstecken. Aber die Mission liegt klar vor uns. Werdet ihr mir ins kalte Herz des Todes folgen? Die Nager stehen euch zur Verfügung, Lord Elidan. Wohin ihr geht, wir folgen euch. Die Blutelfen sind euch ebenfalls zu Diensten, Meister. Wir jagen die Geißel und zerschmettern den Frostthron auf euren Befehl.